Hallo liebe Leute und wir sind hier bei Blumau und wir gehen gerade spazieren. Wir gehen spazieren. Aha, da ist der Tor. Alex. Da haben sie sehr viel zu müssen. Und die Hunde essen immer nur Brot und Heilige. Heilige, oh mein Gott. Oh, da ist ein Hund. Da ist eine Gant. Und da sind die Gänse. Da haben sie sehr viel gekackt, die sie übertreiben. Oh mein Gott. Die Gänsen können beißen. Ich weiß, sie haben Zähne. Boah, das Wasser ist ja schwer. Ja. Wie tief ist die Flatter? Ein Meter. Heilige. Kommt sie. Niemand will die Flatter. Kommt sie. Kommt sie. Kommt sie. Kommt sie. Kommt sie. Hier ist der Flatter. Ein Wurmherang. Hier ist der Flatter. Dann kommt sie. Kommt sie. Kommt sie. Musik 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 Musik